Die haben uns verraten, die haben die Brücke gesprengt, die wollen uns hier verrecken lassen. Das weißt du nicht, Kerz. Komm, wir müssen jetzt... Was? Stärke zeigen, hm? Ach, Gott. Zieh dich doch um, Peter. Gott, steh uns bei. Alles, woran wir geglaubt haben. Alles, was wir dafür getan haben. Es ist vorbei. Nein, Kerz. Komm, tu das nicht, Kerz. Peter, es ist vorbei. Er war ein Verräter. Kerz! Kerz! Ich weiß, er war ihr Freund, aber er ist desertiert. Gemeint, er wird ihr stärker, richtig? Die Schwachen überleben mich. Es waren doch ihre Worte, oder? Der ist sicherlich, was wir hier nicht so? Ja, ich weiß nicht. Die Schwachen überleben mich, ich bin in der Runde schickter. Da ist wirklich viel cooler. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020